Und er hat eine ganz wunderbare Stimme und damit meine ich sowohl seine Stimme als auch seine Stimme. Bitte begrüßt hier auf der Bühne Philipp Herold. Vielen Dank für diese wundervolle Anmoderation. Ich freue mich sehr hier zu sein und für mich war klar, dass ich einen grünen Text schreiben möchte. Deswegen habe ich mich dem Thema Nachhaltigkeit angenommen. Und ja, der Text ist sowohl inspiriert von diesem viel zitierten Carbon Majors Report von 2017, wonach seit 1988 circa 100 Unternehmen verantwortlich sind für über 70 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen und von einem Zitat meiner sehr, sehr geschätzten Kollegin Fatima Mumuni, die da geschrieben hat, die Welt kann sich unseren Konsum nicht leisten. Sie wird nicht satt davon und schon gar nicht glücklich. Mein Text trägt den Titel Ereputation. Ich öffne das Fenster und lese. Mindestens 55 Prozent weniger bedenken in Bellevue. In all diesen Momenten braucht es unser klares Nein. Über 366 Seiten, vierfache Auslastung. Wir müssen so schnell wie möglich handeln. Patienten in Not, Zeitmangel, der Familienstreit eskaliert. Jetzt sind die anderen gefragt. Ich schließe das Fenster wieder und denke, sag mir Europa, wo willst du hin? Ich wünschte, du könntest mir erklären, was schön und gut und wahr ist, wenn mir wieder auffällt, wie viel mir nicht klar ist. Abseits des historischen Zufalls, hier in diese Welt geboren zu sein, in Sicherheit und Geld geboren zu sein, als weißer Mann Wohlstand bemerkt. Will ich weitsichtig sein und lernen, zuhören und verstehen, worum es in Zukunft geht, selbst wenn ich zu oft passiv und gemütlich bin, in dem betäubten Wissen, wie privilegiert und naiv ich bin. Aber brauchen wir nicht viel mehr politischen Willen zur konsequenten Einhaltung von selbstgesteckten Zielen? Sollte nicht jetzt schon sofort so viel mehr passieren, um Erderwärmung und Emissionen zu reduzieren, müssten wir nicht alle Maßnahmen intensivieren, um Energie- und Industriesysteme zu transformieren? Die Lüfte und Straßen, sie dünsten Benzin. Die Meere und Strände, sie waschen den Abfall. Nur ob wir es schaffen, uns umzuerziehen, bleibt fragwürdig, denn wir denken zu langsam. Klar, das Bewusstsein haben wir irgendwie schon entwickelt. Es mangelt ja nur noch an ausgeprägter Achtsamkeit. Die eigenen Entscheidungen zu reflektieren, tiefer gehen, zu recherchieren, sich auch mal die Zeit zu nehmen, eigene Möglichkeiten einzugestehen und im stetigen Wandel die Chance zu sehen, schon jetzt entscheidende Schritte weiterzugehen. Nicht erst dann, wenn es wirklich zu spät ist, denn das Zeitfenster zum Handeln verkleinert sich stetig. Die Straßen und Meere, sie heizen sich auf. Hier, wo Luft bald nicht mehr zum Atmen taugt, zwischen Überfluss und Mangel brechen Virus und Panik aus. Und mittendrin gehen Menschen immer noch auf die Straße, stellen Forderungen und berechtigterweise die Frage, wieso ist die Erde dem Burnout so nah, obwohl die Chance zum Handeln längst greifbar war? Sag mir, was du siehst, wenn du an die Zukunft denkst. Ölverklebte Pinguine, Plastikpost im Ozean, Atemmasken, Abendball, Strandurlaub mit Restmüllscham oder doch erreichte Klimaziele und meeresblaue Tiefe, Plastikprävention, grüne Gesellschaftsutopien, bewusste Produktion in Unternehmensphilosophien. Jetzt neu, Fairtrade, Bio, zertifiziert, gut für die Umwelt, unbedingt probieren. Denn Nachhaltigkeit hier und Nachhaltigkeit da ist dann mal schnell, was der Markt sich so denkt. Nachhaltigkeitsbier in der Nachhaltigkeitsbar lässt sich easy umsetzen und liegt voll im Trend, denn Greenwashing ist in, macht guten Eindruck und vervielfacht den Gewinn. Aber verbietet sie sich nicht von selbst mit dem Gedanken zu spielen, Nachhaltigkeit nur einzusetzen, um Vorteile im Wettbewerb zu erzielen. Sie muss doch ernst genommen organisatorisch verankert werden in politischen Denkstrukturen und im Abbau unserer Erde. Erst wenn sich Unternehmen wirklich als nachhaltig verstehen und ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung übernehmen, sich in der Führung die Grundidee und die Überzeugung verfestigen, profitiert nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Beschäftigten. Und selbstverständlich wird in der Praxis auch klar, Integration von Nachhaltigkeit stellt eine Herausforderung dar, ja. Aber es gilt die Dringlichkeit von Grund auf neu zu verstehen und sie als Antreiber von Innovationsprozessen zu sehen. Also sag mir, was du siehst, wenn du an die Zukunft denkst. Ich weiß, es klingt super pathetisch, aber es ist höchste Zeit und sehr wahrscheinlich auch die letzte Möglichkeit, die Ausmaße unseres Handelns ernsthaft einzuschätzen, alte Denkmuster aus, neue Konzepte einzuwechseln, um Großes zu verändern, durch Einhalten von kleinsten Versprechen und endlich Weichen zu stellen, voranzugehen, Zeichen zu setzen. Jeder Morgen sehnt sich nach einer Tat und jeder Tag nach Durchdringung der Routine. Aber nur wenn er sich stets hinterfragt, bleibt der Mensch wichtiger als die Maschine. Also erklär mir Europa, wo führt das hin? Zum Neuaufbau im Wartestand? Hinauszögern der Laufzeit? Ereb wird's im Abendland. Und überhört der Aufschrei. Öffne ich wieder die Fenster, vernehme ich Streitigkeiten um Einzelheiten. Wer soll welchen Beitrag leisten? Wie viel Zeit bleibt einzuschreiten? Nur wird beim Blick in die Zukunft leider die Weitsicht unterschätzt. Denn die Zukunft beginnt nicht erst 2035, sondern jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.